Hallo meine lieben Zuschauer hier ist euer DigiGamer. Ich wollte euch eigentlich hier Daisy Standalone Alpha Teil 1 vorstellen hier von mir, aber beim Rettern ist ein Fehler. Die ersten 8 Minuten waren ein schwarzes Bild wie ihr hier so ungefähr seht. Ich habe es jetzt alles mal verkürzt und danach war alles stumm. Es kam das Bild endlich, aber der Ton fällte und so ein Video wollte ich euch nicht präsentieren. Das fängt also bei mir mit Daisy Standalone Folge 2 an und ich hoffe es gefällt euch trotzdem die Let's Play Reihe von mir und wir sehen uns beim nächsten Video wieder euer DigiGamer. Tschüss!